Sieht doch fancy aus. Dann kriegst du die Städte hoch. Kommst. Die drei. Proton-Sheet-Bypass. So, machen wir das jetzt hier. Ja, hier ist die Griffe. So, dass da einer ausgespuckt hat. So, hier ist die Griffe. 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 xp tatsächlich kommt man hier weiter hoch korra scheiß xp 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 Ja, Kumpel. Sieht nicht mehr so rosig aus für dich, ne? Ach, jetzt sieht's again. Oh, den einen Kumpel ist nicht noch hier rein. Quick Save, weil es ist so wichtig in diesem Game. Ach, stimmt, da war ja was. Ich glaube, ich habe das gar nicht ausgeschaltet vorhin mit dem Auto-Level. Und deshalb waren die dann die Talent-Points immer wieder rein. Ach, egal. Das ist ja auch... Toggle Helmet. Ähm, da wollte ich aber gar nicht hin. Doch, da wollte ich hin. Äh, und zwar... Okay. Ganz schön Geräusch, das Geräusch. Komm, die G. Komm. Komm, die G. Komm, die G. Komm. F6. F6. So, ich mach mal den F6 hier. So, ich mach mal den F6 hier. F6. Everybody muss berühren. Die Glück going. Das sind aber auch immer kotzenlos. Am Montag 9 Park. Whoa! So, wirGuys retire! Ich würde mal sagen, die Pflanze und auch die Troppe. Ich muss ja nicht mal so viele verputzen. Oh. Ja, okay. Ich hab's mir gekriegt. Ich hab's mir gesagt, ich hab's mir versagt, was ich noch nicht verstehe. Weg, ich stehe zu dir in der garden. Komm einfach nicht im Weg rum. Mei Güte, das ist doch echt nicht so schwer. das ist schon richtig das wir da jetzt einfach wieder laufen müssen oder gehen wir da jetzt ja ... ... ... ... ... Und jetzt... quasi einfach... So. Das war's. Oh, in der Art sieht's gerade an, oder? Oh, in der Art sieht's gerade an... Alter, schon wieder... Oh, in der Art sieht's gerade an, oder? Oh, okay. 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 Wie du siehst, spiel ich mal wieder Mass Effect und ich werde alle Teile durchspielen. Alle. Mit allen DLCs. So muss das sein. Ja, mein nächster Urlaub ist noch ein paar Wochen hin. Ja, weil ich hab ja tatsächlich nur Mass Effect 1 und 2 gespielt, 3 und Andromeda fehlen mir noch komplett. Äh... Okay, dann hast du Urlaub. Jaaa... Ich sag dir zufällig was. Oh, ja. Ich sag dir zufällig was. Oh, ja. Oh, ja. Sollte Wissen können nicht beherrscht, wenn wir es nicht. Ähm... Alles was ich bisher gespielt hab gibt's auf YouTube. Kleinen, handlichen 30 Minuten Episoden. Da kommt quasi jeden Tag eine neue Folge raus. Also... Wenn es dich wirklich interessiert, ähm... Schau auf YouTube. Ich kann dir nachher auch nochmal einen Link schicken. Ähm... Oder du guckst einfach auf meinem Channel. Wenn du noch nicht hast, darfst du gerne Subscribe. Äh... Und ähm... Da hab ich dann auch eine Playlist. Es gibt mittlerweile 10 Episoden. Also 3 Stunden kannst du schon... Du sagst Saren? Du kannst mir教en. Es gibt einen Weg. Ich kann das Wissen von meiner Meinung nach deiner. Wie ich mit Saren habe. Versuch, Kommander. Slow, deep breaths. Let go of your physical shell. Reach out to grasp the threads that bind us... One to another. Every action sends ripples across the galaxy. Every idea must touch another mind to live. Each emotion must mark another's spirit. We are all connected. Every living being united in a single glorious existence. Open yourself to the universe, Commander. Embrace eternity. Damain, ... Deckigung! D mente проект. Temporal. Level 8. Mehrsinnupons. Sie ist gesund. Dpit centres. Der Blick. Der blickeindruck. You all right? You messed up my mind. All I saw were more weird visions. It still didn't make sense. You've been given a great gift. The experience of an entire people. It will take time for your mind to process this information. You look a little unsteady, Commander. Perhaps you should return to the Normandy. I'm sorry if you have suffered, but there was no other way. You needed a Cipher. In time it will help you understand the vision from the beacon. So geiler, dass ich jetzt die Spiele habe. So. Ja, 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 ich auch. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. ja dann halt den überhaupt ne schmierde äh der ist er wieder ö gibt es jetzt hier noch irgendwas ja ne mit dem hab ich ja schon gesprochen dann kann ich gehen also die haben tatsächlich irgendwas zu sagen ja ja alles klar ja 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 dann können wir jetzt hier zurück laufen ich glaube wir sind auch schon fast durch mit dem teil also wenn ich mich richtig erinnere kommt nicht mehr so viel story so so back to the ship die grafik müsste auf dem höchsten sein was es so geht die war so nicht mehr behaupten außer du sagst ich habe irgendwo irgendwas vergessen aber sieht äh nicht so aus vor allen dingen du hast ja die auflösung gesehen ähm ähm kommander du siehst pale du siehst von der cipher dazu vielleicht ähm ich kann das nicht im vollbildmodus spielen also habe ich jetzt im endeffekt äh ich mach grad ähm den kompletten screen den kompletten screen habe aber über einen filter in obs studio den screen gecroppt auf genau die größe wo das spiel immer startet das sieht so bescheuert aus weil ich habe ja diesen 4k monitor ne also dieses riesending das ist ja so wie sie gleich drauf hier zu spielen naja aber es geht ich würde eher gern sagen forget it aber ich will auch so ein bisschen dieser story weiter weiter gehen mach es we don't have much time relax commander embrace eternity ich sehe jetzt aber die sequenz nochmal ab also bei den visionen würde ich mich ja schon mal gern fragen wie sie die gemacht haben so sie zähne so sie zähne so sie zähne So sieht es nicht aus. Oh, die Asylachter sind. Maybe he found another beacon. If we can find the missing data from your vision, I can... I am sorry. The joining is exhausting. I should go to the medical bay and lie down for a moment. Are you sure it was the joining? I feel fine. Your role in our communion is passive. I am the one who must submerge myself in your mind. Drown myself in your thoughts. It is more difficult than it looks. The humans are unconscious instinctively resist the joining commander. A strong personality like yours makes it even harder. We're done here. Dismissed. I sent off the pharaoh's report commander. You want me to patch you through to the council? Nope. Don't bother. Aye, aye, sir. We can't get any information.